Generell sind Lesungen extrem langweilig inszenierte Formate. Also wenn man das als Autor mal macht, ist es wirklich so eine normale Lesung irgendwie, keine Ahnung, es gibt hier Wasserglas auf dem Tisch und dann langsam vorlesen, das ist halt einfach irrsinnig langweilig und langsam inszenierte Veranstaltungen. Selbst wenn der Autor gelesen kann, was auch nicht immer so ist, sitzt man dann da irgendwie in so Dünnungsstarre und erträgt das irgendwie und ich persönlich langweilig immer sehr.